Leo, was gibt's? Ich pick einfach, weil es jetzt für iOS gekommen ist, diesmal Microsoft Co-Pilot. Es ist ja durchaus nett, dass man die Co-Pilot-App praktisch einfach GPT-4 als Gratis-Variante und ohne Cut-Off-Date auch, weil ich meine, Microsoft hat da ja sein eigenes Zeug irgendwie auch noch reingepriemelt, als App hat. Und die App läuft natürlich iOS-mäßig und die ist auch im Mac-App-Store zu finden. Also kann man sich auch auf dem Mac runterladen und muss dann zum Beispiel nicht irgendwie in Edge oder so Co-Pilot benutzen, was natürlich ein Desaster ist, weil man halt Edge benutzen muss, sondern hat einfach diese Co-Pilot-App in sich abgeschlossen und ist auch, ich glaube, ich habe vergessen, was die Zahl ist. Wenn du dich nicht anmeldest mit deinem Microsoft-Account, und du hast halt irgendwie nur so ein paar, kannst du das Frage-Antwort-Spiel in einem Frage-Antwort-Ding immer, glaube ich, fünfmal oder so nur durchspielen. Und es reicht aber normalerweise auch meistens, je nachdem, was man halt damit machen möchte. Also klar, du hast natürlich jetzt nicht die ganze Historie und den ganzen Krempel, den du jetzt irgendwie mit einem bezahlten Open-AI-Account bekommst, aber dafür, dass du es gratis bekommst, plus halt die ganzen Verweise. Und Microsoft baut natürlich da auch seine Affiliate- und gesponserten Links und so Zeug rein, aber du hast halt eine eigentlich gefühlt irgendwie aktuellere Datenbank dazu. Und das spuckt dir halt irgendwie interessante Sachen aus durchaus und auch nützliche Sachen. Also ich finde, ich muss sagen, dass ich relativ angetan bin von dem, wo wir wieder bei der Seriediskussion halt sind. Also du bekommst einfach zu vielen Sachen relativ sinnvolle Ergebnisse. Manche Sachen sind halt einfach lustig. Copilot heute gefragt, was sind die neuesten Nachrichten? Und dann hat er irgendwas, Gewerkschaft, Arbeitsniederlegung, irgendwas Außenministerium und Gaza-Warnungsgeschichten. Und dann, und dritte News des Tages. Übrigens, der Mount Everest ist 8.800 Meter hoch. Das sind coole News. Ey, so, danke, Copilot. Ich fand es einfach extrem lustig. Naja, das endet sich ja auch mal. Ja, also ich meine, vielleicht ist es, vielleicht muss ich auch mal recherchieren, vielleicht war das heute in den News, dass der irgendwie so spezifisch, so eine genaue, neue, irgendjemand den neu vermessen hat. Und das ist vielleicht die News des Tages und das ist an mir vorbeigegangen. Hm, gibt vielleicht gar nichts darüber zu scherzen. Aber auf jeden Fall lustige App insgesamt. Ist auch keine besonders, ist auch keine besonders bestechende irgendwie iOS-App. Aber von der, ich meine, das ist ChatGPT auch nicht. Aber von der Funktion, die am Schluss bei rausfällt, ist es halt nützig. Ja, zum Bilder generieren habe ich es noch überhaupt nicht ausprobiert. Kannst du aber auch machen. Dafür musst du dich, musst du, glaube ich, angemeldet sein. Geht aber genauso gut wie ChatGPT an der Stelle. Ja, ja. Also ich meine, du hast halt, du hast ja praktisch keine Limitierung. Also insofern bekommst du halt denselben Funktionsumfang, ohne da irgendwie Geld einwerfen zu müssen. Und musst halt dafür irgendwie irgendeine Form von Bing-Zeug im Untergrund vielleicht ertragen, wenn dir Microsoft da mal irgendeinen gesponserten Link oder sowas reinschummelt. Ich habe auch noch keine komischen. Vielleicht benutzen sie es irgendwann die, um auch irgendeinen Käse zu pushen. Und das machen sie ja, macht Microsoft ja auch irgendwie bei Edge oder so, dass sie dir dieses unsägliche Nachrichtenangebot, was da integriert ist zum Beispiel, wo wirklich der Dreck von Dreck, also wo einfach so der Bodensatz von allem gesammelt wird. In Windows ist das ja unglaublich prominent teilweise auch integriert, wo man sich echt nur fragt. Ich meine, dagegen ist echt dieses Apple-News-Widget, was schon manchmal grenzwertig ist, spielt echt in einer anderen Kategorie. Aber egal, also Copilot ist auf jeden Fall nett. Und wenn man Bedarf danach hat und irgendwelche sinnvollen Anwendungsfälle dafür hat, es einfach praktisch das zu haben. Und vor allem eben auch dadurch, dass du das halt auf dem Mac einfach auch runterladen kannst und benutzen kannst, ist halt gut. Ich weiß nicht, ob Microsoft es einfach vergessen hat, dass sie es auch für Mac mit anbieten. Aber ja, kann man einfach gut benutzen. Gut.